Aussprache, IG und ICH Wörter, die mit IG enden, werden als Ich ausgesprochen. Leipzig, der Käfig, 20, nötig, frostig, unruhig. Folgt auf IG ein Vokal, wird es wie Ich ausgesprochen. Die Leipziger Messe, die Käfige, ein Zwanziger, nötiges Wissen, frostiger Morgen, unruhige Zustände. Wörter, die mit ICH enden, werden immer als Ich ausgesprochen. Mich, möglich, freundlich, allmählich, unerbittlich, zusätzlich. Ich bin leider kein geduldiger Mensch. Er ist der König und sie die Königin. Er kommt aus Leipzig und ist daher ein Leipziger. Es war eine witzige Veranstaltung. In dieser Stadt ist es sehr windig. Er ist ein Leipzig. Untertitelung des ZDF, 2020